Und herzliche und patriotische Grüße aus Chemnitz. Heute ein paar Gedanken zum Buß- und Bestag. Wenn man so die Politik anschaut, müssten genau diese wirklich Buße tun. Einfach häschelt sie einer ganz anderen Agenda hinterher. Und zwar der Agenda gegen das Volk und gegen die Wähler. Die Wähler werden nur zum Stimmvieh gebraucht. Und dann wird der Wahnsinn umgesetzt. Oder das organisierte Chaos wird auch noch umgesetzt. Sprich, die Angstmacherei der Medien und der Politik in unserem Lande. Die Politik möchte nicht glauben, dass die Impfungen schaden können. Nein, sie machen Werbung und auch Bäume kommen raus. Wird alles schön geredet hier in diesem Lande. Ihr, der Zentralrat der Hamster, der Schlafschase und der Angsthasen, müsst das ausdrücklich an die Öffentlichkeit bringen, damit das letzte Schlafschaf und der letzte Angsthase das mitbekommt. Wir stehen für Frieden, Wahrheit, Freiheit und Souveränität. In unserem Lande, in Europa und der Welt. Das ist unsere Agenda, die Agenda des Volkes. Diese ist tausendmal besser, wie diese von Merkel und Co. Was ist das mit den Jungs durchsprüchen? Ist sehr raumlos, aber das ist es nicht. Es werden Menschenleben aufs Spiel gesetzt und die Gesundheitsberaten ignorieren dies. Alles nur aus dem gesunden Menschenverstand geworden. Es fragt der Zentralrat der Hamster, der Schlafschase und der Angsthasen. Auch in Österreich wird das Leben verschärft. Achtet auf aus dieser Tyrannei. Halte zusammen, liebe Freunde, Patrioten aus nah und fern. Die Politik lässt uns nicht mehr am normalen Leben teilhaben. Es ist Gefängnistur. Und das mit fadenscheinlichen Begründungen. Intensivbetten seien vollgelegt. Dass diese enorm abgebaut wurden, das steht in dem gleichen Kommentar leider nicht. Freiheit ist ein Menschenrecht und ist nicht verhandelbar. So, meine aufgeregten Bürger. Nun noch ein kleines Lied zur Abrundung. Kann jeder mitsingen, mitsungen und natürlich nur zuhören. So, nun hört ihr den gefangenen Chor von Nabucco. Kommt bitte durch die schlechte Zeit und lasst euch den Humor nicht wegnehmen. In diesem Sinne, seid und bleibt immer schon patriotisch. und bleibt immer noch ein lieber das Volk für dieantage. so , Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Glück auf!